Persönlich, kundennah und professionell, weit über den Standard hinaus. Wir sind Timmer, ein Familienunternehmen aus dem Münsterland. Wir stehen für Innovation, Entwicklung und Fertigung. Made in Germany. Als Spezialist für Pneumatik-Zubehör, Vakuum-Hebetechnik und Flüssigkeitspumpen sind wir stolz auf unsere innovative Eigenentwicklung und eigene Fertigung. Bla, bla, bla. Das habt ihr doch alles schon tausendmal gehört. Kommt mal mit, wir zeigen euch, was uns wirklich wichtig ist. Wenn ihr echte Profis seid und Kundennähe, Qualität und Innovation genauso schätzen wie wir, dann sollten wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Natürlich, wir sind seit über 45 Jahren am Markt, haben mehr als 150 Mitarbeiter und sind mit vielen Partnern international vertreten. Was uns aber wirklich bewegt, sind unsere über 5000 zufriedenen Kunden. Wir hören nicht nur genau zu, sondern wir lesen auch zwischen den Zeilen. Marktorientiert, kundennah, vertrauensvoll und lösungsorientiert. Durch unser großes Vertriebsteam aus Ingenieuren und Technikern. Denn Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Entscheidungshilfen direkt vor Ort. Entwicklung, Konstruktion und Fertigung. Alles direkt bei uns im Werk. Made in Germany. Auf höchstem Qualitätsniveau. Direkte Wege von der Kundenanforderung über den Vertrieb in die Entwicklung. Hin zum fertigen Produkt. Alles aus einer Hand. Das bestmögliche Ergebnis bieten. Alles im eigenen Prüfcenter kontrollieren. Und testen, testen, prüfen. Indem wir unseren Kunden aufmerksam zuhören, stellen wir sicher, dass wir die Bedürfnisse und Anliegen verstehen. Wir leben und lieben, was wir tun. Und das merkt man auch an der Qualität unserer Arbeit. Produktion. Auf höchstem Niveau. Sonderlösung. Geht nicht? Gibt's nicht. Das ist unser Motto. Wir machen da weiter, wo andere aufhören. Lager. Haben wir auch. Kurze Beschaffungswege. Schnelle Lieferung. Über 4,5 Millionen Artikel ständig am Lager. Wir sind euer zuverlässiger Partner, der nicht nur irgendein Produkt bietet, sondern die Lösung. Professionelle Produkt- und Serviceschulungen im eigenen Schulungszentrum. Für unsere Kunden. So arbeiten wir. Professionell, präzise und mit Leidenschaft. Seit über 45 Jahren. Von der Konstruktion bis zum Einsatz vor Ort. Denn wir wissen, eure Zufriedenheit ist unser Erfolg. Wenn ihr also auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner seid, der eure Bedürfnisse versteht und euch individuelle Lösungen bietet, dann seid ihr bei Timmer genau richtig. Ihr seht, Qualität und unsere Kunden sind uns wirklich wichtig. Ja, das ist Timmer.